Jo Leute, hier ist euer Basics und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video von mir heute mal. Ja, ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal meinen neuen Upload-Plan hoch und ja, ihr seht, dieser geht bereits ab nächster Woche Montag, nämlich ab dem 14.02. Was habe ich mir jetzt nun gedacht? Einerseits habe ich mir gedacht, GTA San Andreas nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Einfach nur, weil ich die Parts ja alle zwei Tage aktuell hochlade und ich habe mir mal ausgerechnet, bis ich die 100% habe. So im Schnitt schätze ich mal, dass da 80 bis 100 Parts insgesamt zusammenkommen. Würde das bestimmt noch ein halbes Jahr dauern. Aus dem Grund will ich das Projekt verschneiden und erkläre euch einfach mal kurz die Tabelle. Links seht ihr jeweils die Wochentage und in der Mitte jeweils meine Upload-Zeiten an dem Tag und das jeweilige Spiel. Es gibt nämlich noch eine Neuerung. Ich werde noch ein zweites, ja eigentlich schon Hauptprojekt, aber ich sage jetzt mal mein erstes Nebenprojekt, mein erstes großes Nebenprojekt anfangen, neben GTA San Andreas und zwar ist es Bully die Ehrenrunde. Da bin ich mega gehypt drauf. Freue ich mich echt ultra sehr, weil das ist ein Spiel, was ich komplett blind spielen werde. Näheres dazu dann, wenn das Projekt startet. Und ja, also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich denke, das wird ganz cool werden. Auf jeden Fall wird das ein Nebenprojekt, was dann am Montag gestartet wird. Genau, dann läuft Insight ganz normal weiter und GTA San Andreas. Im Prinzip diese drei Projekte habe ich als Let's Play Projekt aktuell. Und es wird so sein, dass jeweils die Nebenprojekte um 17 Uhr auf YouTube veröffentlicht werden und Upload oder beziehungsweise die Veröffentlichung von GTA San Andreas findet dann immer um 19 Uhr statt. Also ihr seht, Montag kommt Bully. Hier um 17 Uhr, dann um 19 Uhr am selben Tag kommt noch ein GTA San Andreas Part. Dann geht es weiter am Dienstag mit Insight und 19 Uhr dann wieder GTA San Andreas. Und ich habe mir aber gedacht, ja, damit ich jetzt nicht zu vielen Leuten damit wahrscheinlich auf den Sack gehe oder damit ihr das zumindest ein bisschen verfolgen könnt, mache ich so zwei Tage in Anführungszeichen Pause in der Woche. Nämlich an dem Mittwoch, wo standardmäßig immer meine Gaming-News kommen und am Sonntag, wo wir jetzt geplant haben, das Community-Projekt, also die GTA Top 5 oder aber auch ein Special-Video. Also das kann jetzt zum Beispiel ein neues Eisberg-Video sein oder irgendwas anderes. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Aber so habe ich mir das jetzt einfach mal geplant. An diesen beiden Tagen kommen nur die Videos jeweils. Und an den anderen, ja, zwei Parts. Einmal 17 Uhr, einmal 19 Uhr und das Nebenprojekt und GTA San Andreas als Hauptprojekt. Ich erwarte mir davon, ja, erstens, dass ich mit GTA San Andreas natürlich viel schneller durch werde und das nächste GTA beginnen kann. Und auch, ja, dass ich bei Bully vor allem vorankomme. Deswegen hat das Spiel auch drei Uploads in der Woche, weil es ja doch schon etwas länger gehen wird als Inside. Genau, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Plan, der mich auch fordern wird. Keine Frage. Also da werden ordentlich Parts in der Woche zusammenkommen. Ich hoffe, euch freut das, weil, ja, so habt ihr auf jeden Fall ordentlich Content von mir. Ich denke, das wird ganz gut abgehen, Leute. Was sagt ihr? Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch gefällt auch mein zweites Hauptprojekt, in Anführungszeichen. Näheres, wie gesagt, dazu am Montag, wenn ich das Projekt dann starte. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Mittwoch. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, euer Basics.